ein sticker jerry noch mal ganz kurz noch ganz kurz jetzt gleich mal ganz kurz was präsenten es ist in süddeutschland glaube ich in süddeutschland da sind doch jetzt schon überall blätter im april aber guck mal bei uns wird es auch schon krüden also ich muss euch mal den beweis attacken ich muss euch mal ganz kurz den beweis attacken das ist auch schon greent ich präsente es euch hier es greent selbst jetzt schon im april ich bin hier am wittensee alter wittensee of no return with the insects ich bin hier westensee fanatic aber der wittensee du guck mal die screen wenn du hier mal so durchscreens das ist hier unten ist das so ein bisschen molchig da weiß ich auch nicht aber es ist auch glaube ich schon ganz angenehm denn ich habe ein kleines thema mit euch vor ihr kleines plasher ich kann nicht so laut talken auf live ich habe denke ich hab's hier gemietet gefoundet seht ihr die kleinen blümchen klagen schossen schön kaffee auf live kreislaut augen auf live manche screen blümchen kaffee blümchen kaffee und jetzt geht's los dinkel scherps dinkel cracker in the sea in return with the insaxime love to arm schön dinkel scherp hmm was we're the home of live home of live jerry bienersen in the middle of the spring of norrg-nohrg-nohrg-ansax gut